Moin, moin, ihr geiles Schnittchen, herzlich willkommen und schön, dass ihr euch eingekauft seid bei Pitswitkocht. Heute gibt es... Weiß ich nicht. Und dazu brauchen wir, weiß ich auch nicht. Denn wir haben nicht eingekauft, es wurde eingekauft und das Rezept kennen wir auch nicht. Das Besondere an der heutigen Folge ist, dass wir das Rezept nicht kennen und stattdessen gesagt bekommen, was wir tun müssen, von unseren Partnerinnen. Wir sind jetzt quasi nicht nur fünf Leute, sondern zehn. Neen. Korrekt. Dr. Eierohr und www.pitswit.de. Warum weiß ich überhaupt, was ich zu machen tun habe? Das liegt daran, dass Paul von Dr. Freud heute da ist. Hallo Paul. Uh, hallo. Ihr kennt das Rezept, der wird mich gleich angeweisen, was ich zu tun habe, damit wir uns beiden, dass er schön daran ein vorzügliches Mahl zaubern kann. Die Zutaten stellt euch, glaube ich, meine Frau vor, die drei Stunden dafür einkaufen war. In der Zwischenzeit war ich in einem anderen Laden, habe unseren kompletten Wochen einkaufen gemacht, habe alles wieder weggerollt. Und dann wurde die Frage gestellt, ist das schlimm, wenn ich nicht alles bekommen habe? Ich habe gesagt, wir können Pizze mit Kort eigentlich komplett abbrechen, brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber wir können es trotzdem kaufen? Ich denke schon. Okay. Und dafür brauchen wir ein paar Sachen. Ja, wir haben Schalotten. Eine Schalotte, das ist eine Zwiebel. Ja, ich habe eine Zwiebel. Das ist eine Zwiebel, aber keine Schalotte. Gurke, Butter, ein Geflügelfond, dann haben wir noch Creme Fraiche, Sesamöl. 25 Meter Sesamöl. Ja, da. Du weißt schon, dass wir keins haben. Das ist Sesamöl. Alter. Ein paar Kapern, Sojasprossen oder Mungobohnen. Habe ich gerade im Schles tatsächlich vergessen zu kaufen. Einen trockenen Weißwein. Wermut. Wermut habe ich dabei. Easy game. Fischfilet sollte eigentlich Zander sein. Leider hatten sie das nicht mehr und deswegen bin ich auf Heilbutt umgeschwenkt. Am besten Zanderfilet. Gab es dort nicht. Ich habe gefragt, was ist am nächsten am Zanderfilet? Das Saiblingfilet. Dann eine Stange Porree und eigentlich sollen es noch Kartoffelröstis sein. Minions waren das, was am nächsten dran kam. Und fünf Gewürzepulver, das wir nicht haben. Das heißt, das muss ich mir erneut selber machen. Du sagst mir Bescheid, das ist ja mega geil. Da brauche ich heute gar nichts machen. Endlich wird alles mal haargenau fertig. Die machen ja nie was. Du kannst auch saufen. Diesmal gibt es jetzt ein Fotofeld. Stimmt, jawohl. Ich nehme dich den Bein. Ich falle dich nicht ins Krankenhaus. Also während die Sachen gerade weggepackt werden, habe ich mir hier so eine Zeitung geschnappt. Und habe da mal reingeblättert. Und ich mir hier denke, mach endlich dein scheiß Foto. Ich will nach Hause. Oder hier, was wollte ich eigentlich nochmal zum Mittagessen einkaufen. Hä? Ist es fertig? Ja. Cool. Okay, Schatz, was machen wir heute? Sandra Geschnetzeltes auf Rösti mit Sesam-Cremesauce. Das klingt aufwendig. Ich muss einmal das Buch Hidden Worlds anpreisen, von Mikkel Robran oder so ähnlich. Und zwar bin ich bei Kapitel 7 und muss feststellen, es ist 40 Seiten lang. 40. Und nicht irgendwo mal verstehe, dass man seine Kamera in 20 Minuten aufladen kann. Ich muss sagen, es ist wirklich spannend bislang. Das finde ich wirklich gut wie Elliot und ihr wisst schon, ich glaube, nicht zu viel verraten. Für das nächste Buch, das kommen wird, kann ich dir raten. Also Sebastian 14 macht das so. Seine Kapitel sind fünf Seiten lang. Und nach dem Kapitel denkst du, eins geht noch, eins geht noch, eins geht noch. Und ihr wundert euch, heute gibt es Fisch und kein Kotelett, was mir in die Backe gelabert wird. Das Rezept, weil es ja eigentlich für zwei Personen da, aber hier im Haushalt eigentlich kein Fisch konsumiert wird. Nur aus meiner Richtung. Und Alkohol darf sie nicht. Fällt das leider alles raus. Aber ich mache die Soße, glaube ich, für zwei Personen, weil das macht es einfacher. Ich würde vielleicht einen Höheunterpf nehmen, weil... Okay. Vorausschauen, bitte. Ist das ein Stieltopf? Das ist ein Milchtopf, den nicht. Wow, was ist denn ein Milchtopf? Der ist zum Kakao kochen. Ist das jetzt ein Stieltopf? Nein, das ist der Topf mit dem langen Stiel. Hä, aber der ist doch genauso hoch. Der. Oh nein, der ist höher oder nicht? Hä, der ist... Wie verarscht denn? Der ist genauso hoch wie der normale, den ich gerade hatte. Der hat nur einen scheiß Stiel dran. Ja. Der ist ohne Scheiß. Also du sollst mit der Zubereitung der Soße beginnen. Jetzt so den Porree und die Schalotten fein hacken. Beim Porree stand bei nur das Weiße, oder? Genau, nur das Weiße und dann 50 Gramm. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu kleiner Blauch. Beim Einkaufen habe ich nicht daran gedacht, dass das nur das Weiße sein soll. Ja, okay, ist da kein Problem. Aber wir alle machen einen Fehler, mein Schnitz. Zum anderen, jetzt lese ich mir mein Rezept immer vorher komplett durch. Und weiß dann, dann kannst du das und das machen. Ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass wir viel zu tun haben, bevor, also du vor allen Dingen, die Röstis überhaupt in den Backofen kommt. Charlotte... Was ist neu, die Pratt? Hier steht, man soll es mit No-Inni-Pret und Weißhahn ablöschen. Ja, mit dem Wermut. Okay, soll ich die einfach, soll ich da jetzt einfach, soll ich jetzt hier drüber so weit kippen, oder? Oder muss ich auch noch klein schneiden? Curry und Charlotte fein hacken, mit Butter anbraten und... Curry und Charlotte fein hacken. Fein hacken, wie fein? Ja, das stehe ich nicht. Kannst du eigentlich mitessen? Ja, ich kann mitessen, sofern wir eine Zutat austauschen. Es wurde irgendwann mal vorgeworfen, ich hätte dir Fleisch gegeben. Was? Ich weiß nicht mehr, wann. Das ist aber noch ein bisschen Gurken. Fertig. Übrigens habe ich ja mal React gesehen. Jay verwundert darüber war, dass ich bei uns diejenige bin, die zu Hause mehr kocht. Wo ich mir dachte, das ist doch normal, wenn man sieht, was du da fabrizierst, ne? Was ist das denn? Heißt nicht, ich koch viel mehr. Nee, 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 nee. Also zumindest leckere Sachen. Hä? Würdest du schon sagen, dass sich deine generellen Kochskills durch Pizzleetkauf verbessert? Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur ein bisschen. Ich muss ja gestehen, ich habe mich noch nie zu 100% in meinem Leben mal an ein Rezept gehabt. Nicht schon. Es fällt mir gerade nur so auf, wo ich das so lese. Das sind so viele einzelne Sachen, wo ich so denke, das macht mal viel. Ja, hopp, hopp. Du musst mir das jetzt nicht vorlesen. Hopp, in der Zeit hat Mikkel schon wieder 50 Seiten geschrieben. Tatsächlich kommt hier in diesem Buch eine Katze vor. Ich weiß nicht, ob er Katzen mag. Er ist Vegetarier. Die Röstis werden auch in der Pfanne zubereitet, by the way. Nein, die kommen in den Ofen, aber hier steht noch nichts von... Die Röstis kommen nicht in den Ofen. Ja, geht ofenig. Nur Fritteuse und Fahne steht drauf. War noch die einzelnen, die wir hatten. Fahne, Fritteuse. Ich wusste nicht, dass das in den Ofen kommen soll. Sonst hättest du darauf geachtet? Ja, natürlich. Es gab keine anderen Röstis. Ja, okay, aber dann hätt ich dich losgeschickt zum Nidika. Jetzt gebe ich dir die nächste Zutat. Yay, Butter! Und jetzt müssten wir zum Herd. Wie sieht die denn aus? Das ist ein bisschen weich geworden, weil ich ja drei Stunden unterwegs war. Das ist echt krass. Kommt danach noch was anderes in die Pfanne? Brauche ich eine große oder eine kleine Pfanne? Da wäre schon geflügelt worden. Brauche ich eine große oder eine kleine Pfanne? Ja, mach eine große, du hast auch einen Fisch, der groß ist. Ja, aber hä? Du nimmst jetzt halt einen kleinen Topf und brettst Zeugs an. Einen Topf? Oder was denn jetzt? Du hast ja nicht beschrieben, dass es das schlechteste Rezept aller Zeiten ist. Du weißt schon, dass du am Ende Pfanne für den Fisch noch brauchst. Also machst du jetzt bitte... Ja, dann kann ich doch die andere Pfanne nehmen. Du brauchst jetzt auch nur ein bisschen Soße anrühren, mein Junge. Also nehm ich jetzt die Pfanne. Du musst jetzt nur Soße anrühren. Ja, die muss ich doch in der Pfanne anrühren. Ja, natürlich. Bin ich der Koch oder bist du der Koch? Du bist du, der die Rezept vollliest. Gut, weißt du, was ich jetzt mache? Ich denke mir einfach, pass auf's. Du machst das jetzt in einem verpickten Topf. Was ist dein Problem? Okay, ich soll... Okay, der... Okay, okay, gut. Nein, 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 ist okay. Nein, 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 nein. Darf ich diesen Topf nehmen? Nein, du nimmst jetzt in der Pfanne. Nein, ich nehme jetzt diesen Topf. Bitte mach zwei Pfannen. Nein, ich nehme jetzt diesen Topf. Du machst jetzt eine kleine Pfanne, die so sind und eine große Pfanne... Nee, ich nehme jetzt diesen Topf. Du hast gesagt, ich soll jetzt in den Topf machen, also mache ich das jetzt in den Topf. Und ich kann auch leiser reden. Ich mache das jetzt in jedem Topf. Okay, dann mache ich das in der Pfanne. Mach halt, was du willst, ich hätte es in den Topf gemacht. Gut, dann mache ich das jetzt im Topf. Aber wenn du das im Topf nicht kannst, ne? Ich kann das super im Topf. Hey, du wirst ja dann sehen, wie gut das funktioniert. Aber ich bin ja der, der immer bei uns kocht. Deswegen, ich habe ja keine Ahnung. Ja, dann nimm doch die Pfanne, wenn du sagst. Ach, darf ich jetzt also doch die Pfanne plötzlich nehmen, weil du Angst hast, dass das trotzdem scheiße ist. Ich schmeiße die Lebensmittel weg, wenn das halt alles scheiße ist. Und dann schmeiße ich dich weg. Ja. Du brauchst jetzt wahrscheinlich eine Pfanne oder einen Topf? So. Topf. Boah, das ist mega viel Butter. Erinnerst du dich noch an den Bratfettburger? Ja. Immer ein bisschen mehr Fett überall rein. Ich lasse einfach nur ein bisschen Butter zum Anbraten. Hä? Ja, ich weiß es doch auch nicht, warum ihr immer so scheiß Rezepte habt. 100 Gramm Butter haben 740 Kilokalorien. Das ist mal eine halbe Mahlzeit. Nur um das zu klären. Das ist der erste Designvorschlag. Da ist noch nichts final dran. Aber ich finde die erste Preview-Version war ganz gut. Hast du solche Angaben zur Hefterepension? Keine Ahnung, was das bedeutet. 50 Prozent. Jetzt habe ich Bock aufs Essen, wo ich weiß, was es ist. Das klingt gut. Wir waren ja vorher unsicher bei den Zutaten. Die klackten nicht so gut. Vor allen Dingen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, habe ich festgestellt, dass Zander sehr teuer ist. So, fängt langsam an zu blubbern. Ich mache das da jetzt rein. So, ich würde sagen, das reicht. Ablöschen. Alter, ich kenne das mit auf. Wir messen den Alkohol ab. Oha. Oh, oh. Oh, was? Ich habe ein Problem. Jetzt hier steht im Text nämlich was, was ich nicht eingekauft habe. What? Und was ich auch gar nicht weiß, was es ist. Okay, was ist denn das? Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Okay, sagt einfach. Neuliebrat. Bitte, was? Ich habe es auch noch nie vorher gemacht. Das Gold der Gourmets, bestehend aus zwei Weißweinen sowie etwa 20 Kräutern und Gewürzen. Weißt du, wir haben zwei Sachen, nicht? Ja. Da schickst du einmal jemand anders einkaufen, schon landest du bei Jonathan, weißt du? Du bist gemein. Auf diesen Standard wollte ich mich eigentlich nicht runterbegeben. Warte mal, was wusstest du denn da gerade in der Alte? Da ist Salza-Sauce und so weiter. Vielleicht hätte dir jetzt das hier vorgeschlagen. Die Wurst-Sauce? Die soll so ähnlich sein wie Wein? Ich bin hier, um zu kochen, denn du umzudenken. Da haben wir jetzt 100 Liter Gemüseform. Wieso brauche ich denn? Ein geäufter Teelöffel sind 250 Milliliter. Das ist dann ein nicht geäufter Teelöffel 100. Ja, das darfst du nicht. Soll ich dir nochmal in den Kühlschrank legen? Dauert das noch? Ja. Nein, ist auch so vor, dass du beides bist. Ja, was denn jetzt? Ich kenne dieses scheiß Rezept halt nicht. Ich schrei halt nicht. Ja, aber es riecht mich doch auf, wenn du mir da irgendwie Quatsch erzählst. Aua! Also hier steht, mit dem Noni-Bratt- und dem Weißwein ablöschen. Uff. Ist das sehr viel Alkohol? Das riecht wie etwas, was wir früher zu mischen genutzt haben. Prost. Boah, das schmeckt wie Medizin. Früher auf großen Partys haben wir immer Badewannen vollgemacht mit Alkohol und dann... Nicht wirklich. Das ist so abartig. Ich dachte, ich kriege eine bessere Rolle als Vorlesen. Ja, jeder muss halt wissen, wo sein Platz ist. Deiner ist auf jeden Fall nicht in der Küche. Uah! Okay, was noch? Kannst du bitte die Sache nicht auf dem Scheißherd aufstellen? Doch. Ich mach dir teuer Top-Oppenherd. Der ist, wenn ich mir morgens ein Ei koche. Und das weißt du genau. Morgen ist das schon wieder getoppt worden. Weil der da immer steht. Also wenn der nicht da ist, dann hab ich den vor der Küche gekocht weggeräumt. Und das nicht vergessen. Wie viel kommt davon da rein? Schuss? Das steht ja hier nicht. Äh, wie viel? Ach ja. Geil. Prostsoße als Lolli-Ersatz. Yeah! Creme Fraiche, nice. Wie viel? 100 Milliliter. Ja, also eine halbe Dose. Zum Glück ist das kein Rezept, wo wir selber ausklamüsern müssen, was wir damit machen. Ich glaube, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, außer vielleicht in meinen Weg zu saufen. Ja, dann schnell den Geflügelfond rein. Okay, das wird niemals funktionieren. Und von der Creme Fraiche. Scheiße, wir machen jetzt ja für zwei Personen die Soße. Alter. Ja, dann gibt es mehr Soße. Also, dass man auch auf alles achten muss. Auf alles. Und jetzt kommt der Punkt, wo du eigentlich das hier benutzen solltest. Geflügelfond. Ah, ja, das können wir ja gerne gegen Gemüse austauschen. Und das Ganze, das muss jetzt per Augenmaß machen, muss um die Hälfte einkochen. Ich brauche ein höheres Stativ. Aber das ist auch ein bisschen Training. Ich stehe ganz oft so. Ja? Dann viel zu mir kochen. Wenn du mich halt in der Kamera stehst, weil wenn ich gerade stehen würde. Oh, ich könnte mich nicht so auf deine Schulter sehen. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Ich habe echt Hunger. Oh, nicht wieder fucking Fisch. Boah, wie das schon riecht. Ja, schönen guten Tag. Also, kleine Story hier am Rande. Es gab auch nirgendwo Zanderfilet. Selbst bei der Fischtee käme Rewe. Ich habe jetzt hier Lachsfilet. Wie viel Rösti magst du? Fünf. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Als ob du auch sechs Röstis isst. Ich habe Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Heute Morgen hatte ich... Da wird man auch noch ausgelacht. Dann hol ich schon mal das Fleisch und dann kann sie schon mal in Scheiben schneiden. Ich soll das Fleisch in Scheiben schneiden? Was für ein Fleisch? Fischfleisch. Wow. Du musst das ja machen. Nee. Du musst überraschen, bitte. Aber guck mal, wie ich das gemacht habe. Boah, kann man Zeitung durchlesen? Boah. Boah, verpiss dich Motte. Wie hat mir der eigentlich schon einen Namen gegeben? Doktor Motte. Verpiss dich Motte. Bringst du die jetzt um? Nein, nein, nein. Sie hat sich befreit. Ach, honey. Du wolltest, dass ich sie umbringe. Nein, nicht umbringen. Einfach und aussetzen. Das kann ich nicht. Das liegt sie auf dem Boden, oder? Ja. Jetzt kannst du da auch was drüber tun. Ja, das kannst du auch machen. Oh, die bewegt sich nicht mehr. Du hast die, glaube ich, gerade verletzt. Und jetzt? Jetzt muss ich da drunter gehen. Ich habe hier was von Sally. Siehst du? Okay, du bringst das jetzt raus. Das Motte. Okay, los. Dann lass dir den. Ist das gefroren? Der ist schlecht. Hab ich nicht drüber nachgedacht. Wie lange müssen die nicht streiten sein? Ist egal. Alter, das ist ein Messer, da? Boah, dieser Fischgeruch, der macht mich jetzt schon... Das geht beim Raten bestimmt nicht. Genau. Hier ist wirklich Action am Start. Alter, ich lasse da aus. Ja, das ist halt eine Frechheit. Hier ist alles voll mit Gräten. Das ist so, als würde ich zu einem Mensch gehen und sagen, wow, hat der ein Skelett. Ekel. Hä? Die sind... Alter, wenn ich ein Filet esse, dann will ich auch keinen Knochen dazwischen haben. Du hast aber auch keinen Zander, sondern so einen Seidling. Ach so, stimmt. Und der hat keine Gräten, oder was? Ja, die haben alle Gräten. Dann geht zum Tegut und sagt, ihr seid Wichser. So, schneidst du jetzt mal bitte in 1 cm der Reife. 1 cm breite Streifen. Dann ein bisschen 5 Gewürze und Salz. So, machen wir das so. Warte doch mal jetzt. Bisschen kalt. Ja, das glaube ich. Mag aber deinen Einsatz. Muss ja. Ne? So, das habe ich jetzt klein geschnitten. Und dann? Darf ich dir das schon zum Dritten machen? Ja, soll ich? Alter. Alter, ist das eine Scheiße, Mann. Kannst du mir das einfach vernünftig wieder sagen? www.pikikik.de ist der Shop. Oh, meine Hände sind nass, ey. So, und eigentlich muss da jetzt auch noch... Garam Masala dran. Eine Prise 5 Gewürzpulver. Leider hat... Oh, das haben die letztes Mal schon benutzt. Das habe ich im React gesehen. Leider habe ich das nirgendwo bei Edeka gefunden. Das auch nicht. Stattdessen habe ich Fisch und mehr. Und da musst du noch ein bisschen Salz dazu packen. Und noch ein bisschen Salz? Ja, Salzkirche. Alright, das gute alte 5 Gewürzepulver, was bisher wir jetzt irgendwie dauert haben. Wie viel brauchen wir denn von 5 Gewürzepulver? 0,5 Prise. 0,5 Prise? Das ist so nix. So, ich habe jetzt die Gurke. Was soll ich damit machen? Schälen steht hier. Na, 50 Gramm? Ja. Das sind 50 Gramm. So, die eine Hälfte in Streifen, die anderen Würfel. Und das lese ich jetzt nicht mehr nach vorne. Da könnt ihr auch draufstehen machen, ob du gehst. Wie viel Gramm sind das deiner Meinung nach? Das sind tatsächlich bestimmt 100, weil 50 Gramm ist schon... 135 Gramm. Jetzt die Schalotten, die Sojasprossen und die Kapern fein hatten. Moment, aber die Schalotten habe ich schon fein gehabt. Ja. Und die ist von da drin. Ja. Also es dürfte sofort die Hälfte eingekocht sein. Stimmt total. So, guck mal, wie gut das gewonnen ist. Oh Gott. Du musst entscheiden, wann du dahinten fertig bist. Ich entscheide das irgendwann. Und wir haben keine Sojasprossen. Doch. Wir haben Sprossen-Paradies. Bio-Glücks-Mix. Sieht nicht nach Sojasprossen aus, ehrlich gesagt. Fettig, Mungolinsen, Weizen. Geschmack würzig. Oh Gott, das stelle ich mir nicht so an. Guck mal, machst du jetzt auch so wie Emma? Puppi? Nee, mach dann nicht. Schade. Das sieht schon einfach nur pervers aus. Zwiebel mit irgendwelchen Kapern zu wischen. Dann musst du jetzt wieder Butterhitzen, Schäubig schlagen, Kapern, anbraten, bla bla bla, Zanderfilet zu geben, mitbraten, bla bla bla. Umrühren, bla bla bla. Ist das dein Ernst gerade? Wie, was ist jetzt falsch daran? Ja, blablabla. Und ich soll mir das merken, oder was? Ah, okay. So, machen die Rösti jetzt schon was im Ofen? Nein, weil du hast mir auch nicht gesagt, dass ich die in den Ofen packen soll. Ich habe gesagt, wir werden die Rösti im Ofen machen. Komm mal. Leck mich am Arsch. Minions, ich esse die Minions. Eigentlich ist es ein Kartoffel-Rösti sein, aber das war das nächste, was dran an Kartoffel-Rösti kam. Der schreit bitte, töte mich. Das ist doch voll gut. Kannst du mal machen? Nee, ich habe keinen Bock mehr mit Alexa zu reden. Du musst halt jetzt machen. Nein, kann ich. Ich kann mein Handy nicht zu fünf Sachen gleichzeitig benutzen. Hey, du kannst einfach mit Alexa reden. Ich höre die hier nicht. Alexa, den Timer auf 14 Minuten. 14 Minuten? Ja, ich habe keinen Bock mehr auf die. Weißt du eigentlich, wofür es Kochleppel gibt mit einem Loch und welche ohne? Äh, ja, wusste ich mal. Okay. Wenn ihr es wisst, wofür es Kochleppel gibt mit Loch und Kochleppel ohne, schreibt es in die Kommentare. Mir fällt gerade eine Sache auf. Ich habe extra Wermut gekauft, weil das hier in der Zutatenliste steht. Aber da taucht nur wo auf. Aber es taucht nur wo auf. Deswegen, hier ist Wermut. Hier ist schon vollkommen klar, was da oben draufsteht, oder? Ja, ich habe mal Wermut gekauft, aber Loli Pratsburg, keine Ahnung, was das ist. Oh, scheiße. Dann geben wir mal einen Schuss da ein. Ja. Irgendwie tauchen nur noch die Gurkenstifte wieder auf. Ich glaube, der macht das absehlich, diese Andi. Es gibt wahrscheinlich so ein Forum, wo du ein paar würrigste Rezepte finden kannst. Die wird gar nicht mehr erwähnt. Die Gurkenwürfel denn? Nein. Was ist denn das schon wieder von Rezept? Das ist schon wieder von der Moni, die sich wieder ein Quatsch ausgedacht hat. Also, da kommen jetzt rein Kapern, die Sojasprossen, die Zwiebeln, also die Schaloppen. Ach nee, die Sojasprossen waren falsch. Doch, ne, man doch richtig. Sie achten aber an der Gefühle, Leute. Die Gurkenstifte. Ja, kommen da rein? Ja. 100%? Ja. Okay. Kommt ihr jetzt da rein? Ich bin da rein. Jetzt ist sie drin. Gut. Hallo, das ist einfach nur absolut pervers, was da ist. Gurkenpapal, Karten. Wir haben dann nur noch mal den Schritt, auch mit der Soße des nochmaligen Erhitzens. Gut, das heißt, die wird jetzt dann halt durchgemacht. Jo. Ständig umrühren. Oh. Hast du dann die Sachen nicht gerne auf der anderen Seite auf? Doch, manchmal war das immer nur mit einer Gabel. Jedes Einzelne. Ich habe bis heute noch keine bessere Methode herausgefunden. Du nimmst so einen Wender, gehst rein, drehst um und die paar, die übrig bleiben, da musst du halt ein bisschen fummeln. Besser aus eigener Erfahrung, du fummelst ja. Ich glaube, also Fisch als so Filet-Dinger machen, habe ich irgendwie auch noch nicht gehört. Ich habe irgendwie im Kopf, dass man das immer in einem macht. Du kannst einfach den Pürierstab rausholen. Hm? Zum Glück hast du mir einen neuen Pürierstab gekauft. Ja, wirklich. Du hast den Müll an und kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie vor. Wieso musst du das immer betonen? Ich habe dir den besseren Pürierstab gekauft. Das ist immer Pürenkarten, du weißt nicht, oder? Die man eigentlich mit Kartoffeln mit Apfelmus ist. Was? Was denn sonst ist? Diese Dreieckigen kenne ich die, oder? Oh. Wuhu! Entschuldigung. Schafgelenk. Und jetzt soll man alles fein probieren. Das und das? Also ich denke nur die Soße. Ganz klar. Oh, jetzt wird man da draußen. Ah, heiß! Oh, da ist gerade jetzt rausgefallen. 300 Watt pure Männlichkeit. Ich würde sagen, guter Zander, du bist durch. Boah, wehe, das schmeckt nicht. Dann werde ich jetzt mal das Essen garnieren. Ja, ich nehme schon auf. Ja, nehmst du schon auf. So, Dream Team hat gekocht. Ja, so sieht's aus. Also es sieht echt... Was lachst du denn so? Ja, deins ist auch voll nice. Meins sieht auch echt gut aus. Einmal schon mal einen fertigen Teller. Die sind kaputten Würfel. Das ist aber auch schön angerichtet. Ja, das ist die beste Anrichtung, die ich jemals hatte. Okay, einmal so alles, ne? Einmal alles durch. Man schmeckt tatsächlich so ganz leicht das 5-Gewürz-Kulmbach. Okay, die Gurke schmeckt ganz anders wie eine Gurke. Probier mal. Ist heiß. Was ist das? Eine Gurke. Würdest du so sagen, schmeckt Gurke? Nee. Schmeckt gar nicht mehr nach Gurke. So gut, ja? Okay, die Soße ist geil. Wir haben keinen Fall von der 5-Gewürz-Kulmbach. Okay. Fühlt nicht schlecht. Kann auch ein bisschen besser sein. Ich finde, der Mengenverhältnis ist irgendwie... Ich bin so ein Soßentyp. Weil ich jetzt schon sehe, wie wenig Soße dabei ist. Kommt es mich gleich jetzt schon an. Röstis sind halt so... Das finde ich so der... Der Down-Kicker. Mhm. Weil ich finde, Röstis sind okay. Aber es gibt viel geilere Sachen, die man von Kartoffeln machen könnte. Also es schmeckt okay. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen... Mensch, geil. Der Fisch ist wirklich lecker geworden. Die Röstis sind sowieso nice. Ich finde, das haben wir gut gemacht. So gut habe ich das in letzter Zeit nicht mehr hingekriegt, zu kochen, weil Pizmit kocht. Also vielen lieben Dank. Gerne. Sieht auch sehr lecker aus. Ich gebe dem als Bewertung eine 6 von 10. Ist lecker. Ich werde es auf jeden Fall essen. Aber nicht nochmal machen. Okay, pass auf. Jetzt sagen wir unsere Wertung gleichzeitig. 3, 2, 1, 2. 6. Echt so hoch? Ja. So schlecht war es nicht. Na guck mal. Dann hast du heute Glück. Und du hast 2 essen. Deswegen gibst du mir 8 von 10. Was gibst du? Ich bin da dabei. Weil also tatsächlich schmeckt das reine Zanderfilet mit der Soße fantastisch. Ohne die Röstis hätte es tatsächlich eine neue bekommen. Es schmeckt okay, aber nicht so geil und wird auch mit der Zeit nicht besser. Und vor allen Dingen ist es viel zu ungesund dafür, dass es nicht so geil schmeckt. Wenn dann jetzt ein sehr gesundes Essen wäre, würde ich sagen, okay. Besonderes Essen schmecken häufig nicht so lecker. Was? Hast du schon mal für Gesundheit einen Pluspunkt gegeben? Warum sollte man sich all den Aufwand machen und so was fettiges Essen, wenn man stattdessen McDonalds essen könnte? Ich gebe 4 von 10 Punkten. Was würdest du sagen? 4 finde ich gut. Also mir ist jetzt leicht übel. Nehmt einfach normalen Scheiß, normalen Weißwein, Schluckchen, Kräuter der Provence ein bisschen drüber. Fertig. Ich gebe dem Ganzen 8 von 10 Säppchen, weil es schmeckt wirklich gut. Das war eine neue Folge von Pizzi mit kocht. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Gerne verlinken. Egal ob bei Twitter, Instagram oder Telegram. Da kriegt ihr auch meine richtigen Wertungen von Pizzi mit kocht. Da kriegt ihr auch alle Wahrheiten über Peter, Martin, Andi. Folgt mir in der Telegram-Gruppe. Und natürlich einen herzlichen Dank an unsere Frauen. Da müssen wir mal für klatschen. So sieht es nämlich aus. Hier 6 von 10. Heilwut ist nämlich nicht meins. Jaja. Und wenn ihr das auch geil fandet, dann lasst doch gerne ein Like da. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Entweder hier oder beim React. Und vergesst nicht, flammt alle weg. Egal, Mann, Frau oder die wärs. Haut rein. Ich liebe euch. Ich bin froh, dass du das heute gemacht hast. Ich weiß, wie deine Woche ist. Ich weiß, wie viel Stress du hast. Ich hab gar keinen Stress, Junge. Ich lese Mitte Europan.